willkommen zurück zu einer neuen folge von black mesa nach der aktion haben jetzt auch einen revolver vom letzten mal gegen in der letzten folge ich glaube ich sollte hier auch mal erledigen sicher ist sicher ich hänge fest das war nix aber wie gesagt so schlimm war es dann doch nicht als das jetzt noch mehr hätte neu laden müssen immer sonst noch irgendwas drin außerdem ich glaube nicht fernseher okay dann halt nicht da könnte noch mal rein und uns mal umschauen da noch ein bisschen money gut hat sich ja doch ein wenig gelohnt ein bild hier geht es dann wohl weiter geht es nicht ja dann immer doch mal hierhin und wieder in den nächsten lüftung schacht so dann doch bestimmt gleich irgendwas runter gesprungen oder wenn ich mir das hole einfach noch nicht also wie gesagt wenn man hier ohne licht durch rente hätten wir ja doch jetzt ein bisschen gesehen herzlichen willkommen selbst schussanlagen wir können den noch ein bisschen ausweichen ja gut kommt dann genau wohl gehen mal in der zeit ja das läuft echt wunderbar obwohl ich weiß ich spiele einfach weiter dass irgendwie wird es ja schon gehen da hinten haben wir wieder leben wir sollten ja auch leben verlieren glaube ich und daher können wir uns hier dann auch wieder auffrischen zwar deutlich weniger als vorher aber gut soll halt so sein wenn wir den hier hinten auch irgendwas schönes auch ja können noch strom abstellen warum auch immer hier geht es dann wohl weiter ne stimmt hier ging es hoch dann gehe ich da unten nochmal erst gucken hier wieder no smoking man darf hier nicht mit dem Anzug rumlaufen ich glaube der Witz ist mittlerweile auch schon uralt okay wieder ein shortcut freigeschaltet aber wie gesagt ich glaube nicht dass wir die irgendwann mal brauchen so viel backtracking gibt es hier nicht in dem spiel wenn ich das richtig in erinnerung habe treppenhaus juhu ein wenig geballer na gut du hast auch ein revolver aber du hast ja unendlich munition im gegensatz zu mir glaube ich zumindest kommst du jetzt mit ja kommst mit danke komm den kriegst du auch noch gut hat leider nicht unendlich leben das heißt wenn er getroffen wird ja irgendwann geht der auch drauf heilen können wir den leider nicht du schon wieder rum rennst hier ja ja ich wollte mich hier eigentlich noch mal kurz umschauen soll ich dir mal die tür aufmachen bitteschön da wäre leben drin das möchte ich mir gerne holen mal gucken ob wir ihn lange genug am leben halten können dass er uns noch hier von vielleicht ist es ja tatsächlich noch von nutzen irgendwie könnten auch darüber gehen ne könnten wir erstmal nicht ja dann mal schauen was uns hier erwartet ja ich bin wir hier das zeug noch mitnehmen warum auch immer hier energie für den anzug warum steht macht doch irgendwie nicht viel sinn wenn die ganzen experiment dinge da unten sind keine ahnung den kollegen hat es zerlegt ok wir haben es tatsächlich überstanden aber halt auch ein bisschen muni ausgegeben ich glaube er dürfte nicht allzu viel abgekriegt haben unser freund hier ja danke gut dass du genau weißt wie viel muni ich in meinem wie viel schuss ich schon verbraucht habe wahrscheinlich zählt der mit hm das ja genau das ist nett sagen die ki ist ja tatsächlich besser als bei den meisten anderen spielen tja dann wäre der wortikon auch durch ein bisschen muni mitnehmen danke die wäre wieder voll sonst ist hier aber nix mehr drin ne na gut unser schönes leben ist halt wieder weg ja du jetzt zum beispiel schießen können das hätte vielleicht geholfen wie gesagt ich schaue mich hier nochmal in ruhe um vielleicht vielleicht gibt es hier ja noch irgendwo was wir mitnehmen könnten ok da wären halt noch ein paar flares mal schauen und dafür ok oh da ist hier noch einer warum hat der mich nie angegriffen dankeschön wart mir muni ähm ich glaube da können wir nicht rein das richtig sehe gut gut ach die haben sich da drin versteckt wie schön stehe zurück sie her es ist nicht meine Zeit keine Angst er ist mensch wenn du versuchen zu zu erinnern ich komme mit dir ich bin nicht so sicher wir sollten auf die superficie gehen was wenn die Welt herausfindet was wir hier machen hier schaue dich selbst Clifford ok welchen Weg raus keine Ahnung aber hier haben wir ein bisschen Leben das werde ich mir mitnehmen ganz bestimmt ganz bestimmt was haben wir noch an die zwei Wissenschaftler mit kommst du mit ich werde warte ich werde einen mehr komodischen retten dann bleib halt hier aber ihr kommt mit ja gut sehr schön mal gucken ob wir die am Leben halten können wäre mir ehrlich gesagt sehr lieb auch weil ich darauf hoffe dass das eine Errungenschaft gibt so hier waren wir auch schon drin das ich wirklich nicht weiß schön dass sie sich schon ein bisschen unterhalten noch ähm ja ich denke mal da geht es dann weiter hier haben wir alles abgeklappert soweit haben wir hier schon ja oder ne hier waren wir doch nicht wo sind die denn wo sind die denn na gut ich geh mal grad hoch ihr bleibt mal kurz da unten ne na vielleicht kürzer hat mir erstmal die dinger hier weg bauen klingt nach headcrabs sonst noch jemand ohne fahrschein scheinbar nicht mal gucken wo wir dahin kommen da ist irgendwas zum drücken glaube ich oder einfach nur das ist einfach nur eine Lampe das sieht aber nach einem neuen Level Abschnitt aus sonst würde es ja nicht laden ähm hm und noch ein schief mit mitgenommen schön freut mich hier hm na hier haben wir eine leiter ok ungünstig ich geh mal schnell hier rein ich glaub das ist auch ein relativ optionaler Abschnitt hier aber schön kann man immer mal wieder gerne mitnehmen ja gut Muni haben wir die schon wieder ja wir haben die halt voll mit 18 Schuss insgesamt und werden die weg ich glaub wir können jetzt auch einfach runter gehen und uns die oder können wir die nochmal holen weiß ich gar nicht ich glaub wir können jetzt auch einfach runter gehen und uns die wieso lebst du eigentlich noch wieso lebst du eigentlich noch frag ich mich ja ich glaub wir können jetzt wieder hoch bringen nein nein wir sind hier waren ja noch nicht ok ok na das klingt doch schon mal nicht gut äh nicht gut nicht schlecht da war nix hinten dran versteckt da war nix hinten dran versteckt gut dann kann ich mich nochmal hochheilen kommst du da mal mit du gehst du gehst du gehst nach vorne ich werde dich auf du gehst komm komm du gehst seitdem ja Hey, hörst du was? Schau! Schau! Du kannst nicht ernst sein. Schau! 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 Leid den Weg, Freeman! Deswegen hat das die Viecher auch noch rumgestanden. So. Versteht ihr euch? Entschuldigung. Entschuldigung. Okay. Na dann haben wir uns vielleicht ein bisschen was hier an Gegnern, wo wir uns dann von hinten anschleichen konnten, in Anführungsstrichen. Erspart. Dann geht's hier weiter. Hier kommt beide mit. Schön, freut mich. Speichere ich auch noch mal. Ich glaube, wir haben Gute. Ich glaube, wir haben Gute. Da haben wir noch ein Räumchen. Das ist hier ein Träumchen. Toll. Hier möchte ich gern mein Büro drin haben. Entschuldigung. Ich glaube, da können wir auch nichts machen, oder? Ne. Alles fest verschlossen. Na gut, dann geht's hier weiter. Danke für die Muni. Danke für die Muni. Da haben wir noch ein Billboard. Also ein Klemmbrett mit irgendwas. Und jetzt nicht mehr. Ihr bleibt aber da stehen, oder? Du bleibst auch da stehen. Ich bin nur besser als du. Das war nix. Der wär weg. Ich glaube, ich schieße einfach schlecht. Normal sind die wahrscheinlich auch mit einem Schuss weg. Und seit vor ihr beiden mir da noch drauf geht. Ich da lieber auf Nummer sicher. Leben brauche ich grad nicht. Noch einer. Hi. Na, das ist doch mal gut. Kommst du auch noch mit vielleicht? Hm? Da ist schon mal nix. Entschuldigung. Voll das Gefolge mittlerweile. Alle wollen dem Freeman-Kult folgen. Haben wir denn hier unten irgendwas? Ah. Ein Auto. Aua. Scheinbar brauchen die doch zwei Schüsse grad. Was? Na doch. Okay, der hat gesessen. Zum Glück lebt er noch. Let me get out of your way here. Aber ich glaube, hier unten haben wir sonst... Ja, bisschen Leben, aber sonst nicht allzu viel... Zeug. Na gut, dann lassen wir das einfach mal. Kommt mal wieder alle mit. Und frische mich hier nochmal ein bisschen auf. Ups. So, und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal gehen wir durch diesen Lüftungsschacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ja, bis dahin macht's gut und ciao, ciao.